Ich habe jetzt alle Augenzahlen, jetzt geht es um die Klebelaschen, also welche Seiten auf welche zu liegen kommen. Die, die den rechten Winkel binden, das ist ziemlich einfach. Auch hier, die zwei kommen aufeinander zu liegen. Die sind jedenfalls aufeinander. Die kommen ebenfalls aufeinander zu liegen, also ich müsste eine Klebelasche haben. Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ich habe diese Seite, die kommt auf diese Seite zu liegen. Dann nehme ich wieder, wieder, kommt hier zu liegen. Ich habe hier oben noch eine, die, wenn die aufeinander liegen, kommt hier zu liegen. Und jetzt fehlt mir noch die da unten. Die gelbe, wenn die aufeinander liegen, die kann ich hier hin. Das wären die Klebestellen pro zwei Seiten. Es braucht also eine Klebelasche. Die ruhm noch nicht. Ich bin in der energcis решert. Das ist ja war sehr gut aus.